Aaaaaaah! Wenn er diese Drecksgranate rausschmeißt! Diese Scheißknache! Ich spawne im Nahtbein, Alter. Wie bekloppt ist das denn? Die Scheißmaus zieht mich rum! Diese Scheißmaus zieht mich rum! Morgen und hallo, eure liebe Freunde. Heute gibt's den Senseless, wie ihr ihn so noch nie gesehen habt. Ich bin völlig am Ausrasten. Ähm, bin ich eher selten. Ich bin eigentlich mehr so der ruhige Typ. Aber es gibt auch manchmal Momente, wo es mich einfach packt. Ja, wo ich ausflippen könnte. Ich selber krieg das eigentlich immer nicht mit. Deswegen hab ich's mal aufgenommen. Weil meine Frau immer sagt, ey, du hast wieder viel Spaß beim Spiel gehabt. Ich sag, hä, wieso, was war denn? Ja, ich hab dich bisschen runter gehört. Ich sag, kann gar nicht sein. Ich hab immer Spaß beim Spiel. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Kommentare oder beides da, wie ihr wollt. Ähm, vorher gibt's aber noch eine schöne gediegene Runde. Herrschaft und ja, bis dahin. Tschüssi! So eine schöne Map und ich muss die Waffe spielen. Boah. Das ist ja eine Schande. Eine Schande eigentlich. Das ist eigentlich meine Map, Junge. Boulow, gel spectil. Über Ну ja. Morgen, limpier. Möbel gestern ohne die Erfahrung-garsten aus Fluss, Entschuldigung wurde gesichert. Ashley! Heuhe! Oh, ne? Aber jetzt, wir haben es nicht mehr Arsenal, Scheiße! Schade! Sag mir mal einer, dass das die Stellung war. Ich... Ich hab's nicht gecheckt, aber... Das ist nicht... Schade! 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 Wir verlieren wir sind auf... We lance, we lance, we lance! Stellung lokal! Schade! 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 Das ist alles gesichert. Stell dir noch mal drauf an. Ja? Stell dir noch mal drauf an. Ich verliere mehr Vorteile. Boah, der letzte Kugel. So. Nein! Was? Boah, ich hab's auch schon abgeholt. 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 er hat mich nicht gesehen ich mich selber weggesprengt oder was ja es wurden fehler gemacht ich war wahrscheinlich auch der einzige dort ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020